Das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen hält seit Jahrzehnten mit seinen vielen betriebsfähigen Lokomotiven die Eisenbahnszene in Atem. Große Räder für schnelle Züge bieten eine Altbau 01, eine Neubaukessel 01 und eine bayerische S3 Sechstel. Sie werden unterstützt von vielen ehemaligen Reichsbahnmaschinen. Auch eine E94 und eine E63 gehören dazu. Wir haben für Sie die Veteranen im Museums- und im Plandienst mit der Kamera eingefangen. Erleben Sie die Wiederinbetriebnahme der heute einzigen dampfenden Neubaukessel 01. Schwere Güterzüge mit 44 546, 41 L50 oder mit 50 0072 werden Sie begeistern. Auch der Planbetrieb mit V60 und den E-Loks der Baureihe 140 fehlen natürlich nicht. 58 Filmminuten über ein aktives Museum in allen Traktionsbereichen. 05.000 Euro. 08.000 Euro. 06.000 Euro. 06.000 Euro.